Moin, herzlich willkommen bei mobile.de. Mein Name ist Ophi Kröger, ich bin Kfz-Sachverständiger, spezialisiert auf Elektromobilität. Ihr habt bestimmt viele Fragen, was macht ein Elektroauto im Winter? Wir haben alle Tipps für euch, aber ihr abonniert jetzt erstmal den Kanal. Thema Wintersport oder auch Materialien, Gegenstände, wenn ihr die Möglichkeit habt und Platz im Auto habt, legt es einfach ins Auto. Das erhöht die Effizienz und das ist natürlich wichtig. So ein Dachträger auf dem Auto erhöht die aerodynamischen Widerstände und dann wird es ein bisschen teurer. Legt alles rein, was ihr reinlegen könnt. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich im Winter mitnehmen würde, wie Oma und Opa damals. Ich zeige euch mal, was ich meine. Oma und Opa hatten natürlich immer recht und jetzt kommt das erste. Eine Thermoskanne. Schön heißen Tee rein, kein Grock. Denkt dran, kein Alkohol während des Verkehrs. Die nehmen wir mit, das kommt rein. Was haben wir denn noch? Ja, ganz wichtig, Eiskratzer. Die meisten von euch nehmen in die Checkkarten. Lasst das sein. Nehmt lieber einen Eiskratzer mit, das kann euch den Arsch retten. Und natürlich Enteiserspray. Enteiserspray. Viele Fahrzeuge haben mittlerweile ja eine Fernbedienung, braucht ihr nicht. Aber ältere Autos haben immer noch ein Schloss und da kriegt ihr wenigstens das Schloss wieder frei. Und jetzt kommt, jetzt wird es vielleicht teuer für euch. Macht das Auto frei. Wenn ihr mit einem schneebedeckten Auto fahrt, kostet euch das 25 Euro. Und wenn ihr die Scheinwerfer nicht frei macht, kostet euch das 10 Euro. Nehmt euch die Zeit, macht es ein bisschen frei und dann könnt ihr auch vernünftig losfahren. Habt eine gute Sicht und seid absolut safe. Und wenn dann wirklich mal der Augenblick kommt, dass ihr im Stau steht und euch echt kalt ist und ihr ein bisschen kuscheln wollt. Tatsächlich, ich habe sowas im Auto, ich kann es euch auch empfehlen. Eine schöne Kuscheldecke. Kannst du dich mit deiner Frau schön einkuscheln und dann habt ihr schön warm. So, der Kofferraum ist voll. Wenn ihr allerdings ein Auto habt, was die Möglichkeit hat, das müsst ihr unbedingt prüfen, einen Dachgepäckträger zu benutzen. Dann könnt ihr natürlich euren Weihnachtsbaum auch da oben transportieren. Das ist ja klar, keiner will die Nadeln im Auto haben. Denkt bitte dran, prüft die Dachlast. Und wenn ihr ihn nicht braucht, baut ihn bitte wieder ab. Denn das kostet Strom und das kostet Geld. Aerodynamik ist wichtig in der Elektromobilität. Und jetzt kann ich endlich die scheiß Mütze abnehmen, setze mich ins Auto und hab dann bestimmt noch ganz viele tolle Tipps für euch im zweiten Teil. Es gibt eine ganz tolle Möglichkeit bei Elektroautos. Das haben fast alle. Ihr könnt über die App das Auto vorheizen. Das heißt, ihr sitzt zu Hause schön am Frühstückstisch, guckt auf die App und wisst, ich fahre in fünf oder zehn Minuten los. Die Zeit reicht nämlich. Und dann macht ihr einfach das Auto schon mal warm und dann steigt ihr in ein warmes Auto ein. Das ist wirklich eine tolle Sache. Es ist dann meistens eisfrei und ihr habt ein muckeliges, schönes Gefühl. Man muss natürlich jetzt nicht hier 25 Grad einstellen, damit man im T-Shirt fahren kann im tiefsten Winter. Aber so eine schöne 20 Grad Vorheizung, das kann ich euch definitiv empfehlen. Habt ihr natürlich die Möglichkeit zu Hause zu laden, habt eine Wallbox, dann ist es sogar so, dass der Strom für die Vorheizung direkt aus der Wallbox gezogen wird. Aber keine Angst, das braucht ihr nicht. Das Vorheizen, das kostet wirklich nicht viel Strom und dieser Komfort ist einfach enorm. Jedes Auto hat heute eine Klimaanlage und wenn ihr das Glück habt, sogar schon eine Wärmepumpe. Das heißt, wenn ihr effizient fahren wollt, dann stellt ihr euch auf eurer Seite eure Heizung ein auf 20 Grad. Das reicht meistens, wenn ihr eine Sitzheizung habt und eine Lenkradheizung. Das verbraucht ganz wenig Strom, dann macht die an, dann ist es auf jeden Fall ganz easy möglich, Reichweiten mäßig weiter zu kommen, als wenn ihr hier 35 Grad einmacht, noch einen kleinen Saunaaufguss hinten drauf. Eukalyptus kann ich da empfehlen, aber so ist es am effizientesten. Ihr habt die Möglichkeit beim Elektroauto natürlich auch einen Fahrmodus einzustellen. Eco gerade im Winter kann ich euch empfehlen. Die Rekuperation passt sich an und ihr habt auch nicht so ein hart reagierendes Gaspedal, sondern es ist weicher. Ihr kommt da nicht ins Schlittern, könnt besser reagieren und natürlich wird beim Eco-Modus auch die Heizleistung runtergefahren. Eigentlich das Beste, um sparsam voranzukommen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich fahr tatsächlich auch immer im Eco-Modus. Thema Routenplanung, Ladestrategie im Winter. Ihr habt die Möglichkeit und das ist eine ganz tolle Sache, zu Hause auf der Couch eure Route zu planen. Ihr könnt dann sehen, wo muss ich laden, wann muss ich laden, wie lange muss ich laden. Das könnt ihr planen, dann hier ins Handy anschließen über das Auto, Android Auto oder auch Apple CarPlay und habt dann eine tolle Lademöglichkeit. Aber das Auto kann das auch und das Auto hat den großen Vorteil. Ihr wisst, der Akku lädt im Winter nicht so besonders schnell. Die Ionen sind so fest in ihrem Mantel, die wollen sich nicht bewegen. Deswegen kann das Auto vor einer Ladestation vorkonditionieren. Es wird sozusagen der Akku aufgewärmt und dann habt ihr eine höhere Ladeleistung. Müsst ihr nicht so lange warten. Es gibt da viele ganz tolle Möglichkeiten. Ich mache es tatsächlich so. Ich plane zu Hause überall bei der Route Planner und gebe dann die Route hier bei mir im Auto ein. Euer Lieblingsthema Stau im Winter. Ich fahre mit meinem Elektroauto in den Stau. Ich sehe, oh Gott, das wird richtig lange dauern. Hört das natürlich auch über den Verkehrsfunk immer anlassen, nicht vergessen. Und das heißt drei Stunden Stau. Was mache ich jetzt? Nein, das Auto geht nicht tot. Keine Chance. Ihr habt 1 bis 3 Kilowattstunden Strom pro Stunde, die ihr im Auto verballert, wenn ihr das schön warm habt. 20 Grad. Ihr könnt hier sitzen. Ihr müsst gar keine Angst haben, denn euer Akku ist meistens 50 Kilowattstunden und größer. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem. Habt ihr allerdings einen niedrigen State of Charge, das heißt, ihr kommt ans Stauende mit 10 Prozent im Akku, dann macht ihr hier entspannte 18 Grad und lasst die Heizung, die Sitzheizung laufen. Da könnt ihr locker drei, vier, fünf Stunden und noch länger im Auto sitzen, ohne Angst zu haben. Also die mehr das Elektroauto. Was macht ihr denn da im Stau? Die könnt ihr komplett vergessen. Das ist überhaupt gar kein Thema, denn der Verbrenner neben euch lässt die ganze Zeit den Motor laufen und der verbraucht auch Sprit. Das ist nämlich genau das Gleiche, aber viel schlimmer, denn das Verbrennen von Kraftstoffen jeglicher Art ist nicht die Zukunft. Ja und nicht vergessen, wenn ihr die Thermoskanne mit habt und auch die Decke, dann haltet ihr das noch viel länger aus im Auto. Opa und Oma haben immer recht gehabt, das wisst ihr ja. Wichtig ist nicht, ihr habt gerade gesehen, Licht an, denn es geht nicht nur darum, dass ihr was sehen könnt, sondern auch, dass ihr gesehen werdet. Ich sehe oft Autos, die fahren in der Stadt hell erleuchtet, durch Straßenlaternen und haben kein Licht an. Also bitte daran denken, gerade auch im Winter Licht anschalten. Ein weiterer Punkt, die geeignete Bereifung. Ihr habt eine Mindestprofiltiefe gesetzlich von 1,6 Millimetern, aber ab drei Millimeter ist der Reifen eigentlich schon nicht mehr zu gebrauchen. Und es gibt mittlerweile super Hersteller, die bauen Reifen für Elektroautos, die sind effizient, die sind leise, haben einen tollen Grip. Macht euch da mal schlau, kann ich euch nur empfehlen, fahre ich auch. Reifen ist der einzige Kontakt für euch zur Erde. Das ist wichtig, da müsst ihr darauf achten. Seit 2016 fahre ich rein elektrisch. Wenn ihr das Vorrecht habt, zu Hause laden zu können, dann nutzt das bitte. Ich kann es bis heute nicht. Steckt das Auto an, macht die Wallbox an und dann könnt ihr auch nicht nur das Auto vorkonditionieren oder vorheizen, sondern auch den Akku. Denn der Akku mag keine Kälte. Bei Kälte lädt er langsam. Ihr müsst euch vorstellen, in diesen Batterien sind so ganz viele Ionen drin, die sitzen da alle ganz eng. Und nun sind es kalt, dann kuscheln die sich aneinander und wollen sich nicht bewegen. Wenn es warm ist, dann hat ein Akku eine ganz andere Leistungsentfaltung. Deswegen ist es gut, wenn ihr den Akku vorwärmen könnt. Nicht bis 100 Prozent laden, ganz wichtig. Der Hersteller, alle Hersteller sagen maximal 80 bis 90, weil die Zeltspannung sonst zu hoch ist. Das stresst die Zelle. Stellt euch das ein im Auto, ihr ladet bis 80 Prozent und über die App könnt ihr dann sagen, ich will morgen früh um 7 Uhr los. Macht das Auto schon mal fertig, heizt den Akku und den Innenraum vor und dann geht es los. Wie macht ihr das zu Hause? Schreibt das bitte noch mal in die Kommentare. Habt ihr eine Wallbox, habt ihr eine Garage? Was ist die beste Möglichkeit für euch, euer Elektroauto zu laden? Apropos laden, ich gehe nämlich jetzt laden bei mir im Wohnzimmer. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.